Egal ob vom Boden oder von der Wand ab, Flip Resets sind mit eines der coolsten Trickschüsse in Rocket League. Und heute zeige ich dir, wie du es auch ganz einfach lernen kannst. Um den Ball ohne Pass vorzubereiten, nutzt ihr am besten die Wand. Hier fahrt ihr ungefähr in Ballgeschwindigkeit zur Wand, berührt den Ball ungefähr an dieser Stelle der Wand, so dass er hoch genug fliegt, aber nicht an die Decke, damit ihr genug Spielraum habt, um euch in der Luft auszurichten. Für einen Flip Reset muss der Ball an eurer Bauchseite mit viel Kraft aufstoßen. Also fliegt immer am besten auf den Ball zu und hofft nicht, dass er auf euch landet. Um einen guten Abstand zum Ball zu bekommen, könnt ihr einmal kurz bremsen nach dem Ballkontakt oder ihr wartet ein bisschen an der Wand und springt dann ab, so dass der Abstand weit genug ist, um besser zum Ball fliegen zu können. Und wenn ihr das immer und immer wieder trainiert, dann werdet ihr auch besser werden und das merken. Lasst ein Abo da, wenn es euch geholfen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Knipser ist raus. Das ist Rocket League!